Musik Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das vielseitige Joghurtangebot von GOP ist um eine weitere Neuheit reicher geworden. Eine Neuheit für alle, die sich für eine gesündere Ernährung und für einen schonenden Umgang mit der Natur interessieren. GOP offeriert Ihnen von jetzt an nämlich ein biologisches Vollmilchjoghurt, das die Bezeichnung Bio auch wirklich verdient. Produkte wie das GOP Bio Vollmilchjoghurt, die nach diesen strengen Richtlinien hergestellt wurden, werden mit den Bio-Knospen speziell gekennzeichnet. Wenn Sie also das Gütesigel auf einem Produkt sehen, dann haben Sie Gewähr, dass es auch garantiert biologisch hergestellt worden ist. Kontrolliert und überwacht von der Vereinigung Schweizerischer Biologischer Landbauorganisationen. Gesündere Milch, gesünders Joghurt. Gut zu diesem Thema passt auch unser nächster Beitrag. Es geht diesmal ums Trinken. Musik Die Luft ist heute wieder trocken. Ich bin völlig ausgetrocknet. Die Klimaanlage macht mich noch krank. Ja, das habe ich auch gemeint, bis ich das letzte Mal beim Doktor gewesen bin. Er sagt nämlich, man müsse mehr trinken. Ja, Konzentrationsschwäche, Müdigkeit, Hitzestau, trockene Schleimhäude, sogar Verstopfung. Alles will mir zu wenig trinken. Aber ich habe doch gar keinen Durst. Mit dem zunehmenden Alter nimmt auch bei dir das Durstgefühl ab. Trotzdem, solltest du regelmässig zum Essen und zwischendurch immer etwas trinken. Tja, dann stimmt das gar nicht, dass das Trinken zum Essen nicht gut ist. Nein, darum habe ich mir auch einen persönlichen Trinkplan gemacht. Ja, da im Büro zum Beispiel trinke ich mindestens diese Flaschen da im Tag. Zum Essen nehme ich Suppe, Orangensaft, Wasser. Ja, zu Hause steht immer ein Glas Wasser rum oder Tee. Und so habe ich mich als richtiger Trinken gewöhnt und fühle mich viel besser dabei. Interessant. Und wenn, darf ich die Damen zu einem Glas einladen? Wir haben jetzt einiges gehört über das richtige oder genügende Trinken. Das gibt gerade einen idealen Übergang zu unserem nächsten Beitrag. Auch da geht es zum ersten Mal um ein beliebtes Getränk. Achtung, Achtung! Mitteilung an alle! Apfelsaft! Apfelsaft sucht den besten Grünschnabel der Saison! Im Fussball! Und auch im Eishockey! Grünschnäbel sind alle Spieler, die ihre erste Nazi-A-Saison spielen! Wählen Sie den besten Spieler zum Grünschnabel des Jahres! Voller Kraft mit Apfelsaft! Apfelsaft sucht jetzt also den besten Eishockey- und Fussballspieler-Neuling, den Grünschnabel des Jahres. Wie Sie an dieser Wahl teilnehmen und viele tolle Preise gewinnen können, das erfahren Sie am besten in der Grünschnabel-Broschüre, die jetzt in Ihrem Go-Bladen aufliegt. Oder bestellen Sie sie einfach bei Apfelsaft, Postfach 8099 Zürich. Für Packungsabfall ist ein Problem, das originelle Lösungen braucht. Und eine solche Lösungen hat Omo Micro Plus und neu jetzt auch Omo Color, mit der ersten Konzentrat-Nachfüllpackung der Schweiz anzubieten. Stopp! Nicht mehr fortrühren! Denn jetzt gibt es die neue Omo-Nachfüllpackung aus Papier. So einfach geht's! In leeren Karton stellen, aufschneiden und weiter waschen. Und wenn die Nachfüllpackung leer ist, zusammenlegen und über 80% Abfall sparen. Omo Micro Plus und Omo Color jetzt in der Nachfüllpackung. Spät Abfall und Geld! Und zum Schluss, wie jede Woche, noch eine Kurzfassung des Aktionsprogramms, das Sie von morgen an in unseren Läden werden antreffen. Ich darf mich jetzt schon von Ihnen verabschieden. Bis zum nächsten Mal! Ein Kilo Grapefruit aus Florida kostet bei Coop nur 1,60 Euro. Alle Coop-Jogurte im Quattropack gibt es für nur 2,10 Euro. Und ein Kilo feines Vanilleraum Glacé von Goldstar kommen Sie über für nur 5,20 Euro. Verschiedene Getränke offerieren wir Ihnen 20 bis 60 Kratten günstiger. 1,5 Liter Coca-Cola in der Petflasche kostet zum Beispiel nur 1,50 Euro. Ausserdem kommen Sie die Herrenhemper über Uni oder Gestreift für nur 19 Franken.